Jetzt hör' ich mal aus. Test-Test. Und da ist Jonas auch schon wieder. Hallo Jonas. Ja, ja, wahrscheinlich hängt es jetzt so. Oh, man kommt doch. Immer refreshen, immer refreshen. Gut, äh, würde ich sagen, kann man noch mal an. Mit diesem kurzen Level streamen. Bringen wir uns den Scheiß behinder uns. Läuft das Typ anständig, Jonas? Ich hab noch etwas vorhin dort. Ja, wunderbar. Ich hab jetzt auch ein bisschen die Qualität verbessert. Also, jetzt dürfte ich das nicht mehr so rumbacken. Ich hab ja gestern nicht gesehen, dass ich so rumgebackert habe leicht. Ich hab ja auch gesagt, er ist gleich drüber. Fangen wir mal mit dem Mist an, wir sollen alle Waffen hochbringen. Ah stimmt, das ist ja die Ballon-Balance, die Ballon-Balance. Das ist ja die Ballon-Balance, die Ballon-Balance haben. Das ist ja die Ballon-Balance. 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 Das ist natürlich die Ballon-Balance. Das ist ja die Ballon-Balance, die Ballon-Balance haben. Danke, Spiel. Das ist die Einheit, okay? Ja, hier ist die Stadt. Dann einfach die Stadt. Da ich mich nicht so schnell gedrückt habe, darf ich jetzt nochmal hier hinlaufen? Klar, Alter, Stufe 4, jetzt. Jetzt fängt das Spiel aber an zu nerven mit Level 4 der Hand. Ja, ja, Garg. Blöden Krabben, Junge. Sieht's aus, Gork. Verschieben sich die Strahlen. Wunderbar. Wunderbar. die eine stirbt gerade wieder oh! rutinisch für 2, sehr schön ich liebe es! ja, todeskrabbe ich weiß gar nicht mal wie die früher hießen, früher hieß ich glaube woanders das ist da geht noch was das ist 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 den hier feuer belaufen ja so ist das immer meine gut da muss ich sagen die werbehöfe hier als den hüten geworden irgendwie extrem leben wenn ich dran immer was sie damals gemacht haben als noch mal gespielt habe da sind die vielmehr abgegangen warum er sich überhaupt gibt es noch scheiße sehr schön dabei jetzt einfach mal die einstellungen so wie sie sind bei hier gar bluteule das ist auch ein recht kreativer name färb dich und richte die krallen probierung ist recht interessant warum einfach nur gegensatz gelaufen ein ganz freundlich und geheim sein ich möchte die wohl geheim sein ich möchte die überzeugt letztens wird gewordene zonik für sich drei gewonnen zonik für sie die letzten zehn minuten von gestern naja der igel wollte sich bereit machen ein dorf hat er nicht gehört diese eule geben ja jetzt aber sagt ihre scheiß da schön ganz ist fertig das ist das ist Ja, die Eure sind echt zum Kotzen. Ich weiß nicht, die Bluteulen, warum auch immer die Bluteulen heißen. Ich meine, es ist nur so eine Art satanistische Eulen, die Blut trinken oder was ist das hier? Ich weiß, wo die Lanze doch fertig ist, oder? Ich weiß nicht, ob ich den Wurfschwärmen habe. 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 Ich weiß nicht, ob ich den Wurfschwärmen habe und ver corruptieren. Ich weiß nicht, ob ich Diffel habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin jetzt 17. Ich bin jetzt 17. Ich muss jetzt kotzen hier. Ich kann einfach diesen scheiß Dax haben. Ich bin scheiß Säure gestorben. Das war's für heute. Das Rätsel auch noch lösen. Ich bin jetzt kotzen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin jetzt ar cotton. Das war's für heute. Du bist gar Илиi, stoppt! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Du bist immer noch ein Bruchspeer dran. Du hast die Axt jetzt fertig, da kriegst du die Eis langsam. Du bist immer noch ein Bruch. Oh, ist die schon wieder tot, ey, ich krieg's kotzen. Ist die schon wieder tot? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Oh, ja. ja wie gesagt ich lebele jetzt erst mal ein bisschen ich lebele jetzt erst mal ein bisschen ganz schön auf die fresse deswegen muss ich so ein bisschen das ist noch schön ob die füge am gespecken werden weiß ich nicht ja 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 werden wir sehen, dass wir nach unten gehen können. Bis zum nächsten Mal. Verpacken im Übersicht! Das ist super! Undillas. Das war schon viel zu sein. Ah, ich brauche, ich lebe ein, das ist wunderbar. Das war's für heute. Ah, ein Bambon, nein. Frau und die Scheiße, mir dieses zu kaufen. Aber doch, ich bin nur Bambon gesetzt, irgendwie. Was ist denn das? Und dann geht es weiter. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da wirst du jetzt den Wurf sperren. Die Wurmen bei einer Schafe wirklich nichts ausmachen, du sollst ihn mal so angreifen, normal. Klasse. Die Wurmen bei einer Schafe und der Wurmen bei einer Schafe und der Wurmen bei einer Schafe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. ja gerade das ist immer wunderbar ich werde auch wieder kommen wenn ich bin und einfach auf den sack gehen so machen wir das es abgestürzt und brennen wo war jetzt jetzt die peitsche das ist ja das ist das ist das das WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, schon. Ach, mein. Du bist ja. Ja, schon. Da macht sie jetzt die Lanze fertig. Ja, schon. So. 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 Mein Gott, warum heieren sie sich denn dauernd? Ah, Akshuwe 2, wunderbar. Ja, Garak, das machen sie. Die haben auch, ähm, hier bei der, äh, bei der Lanze, hast du die Lanze und da hast du halt den Speer. Da haben sie auch, ähm, wenn du die Waffenraubseilsamhetzer wechseln. Und zwar ist der Lanzenorb, der Speer und der Speer-Lanzenorb. Wir haben da auch ordentlich scheiße gewählt. Ich würde sagen, ich mache mit der 22, dann ist das mal genug. Natürlich werde ich nur zum Mokri, ich will kein Mokri sein. Oder Zaplor, wie er früher hieß. Ach, komm, komm, boah, dass die Vita genauer Eingang stehen, dass das, Und so macht man sowas. 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 Ja, shit. Ja, wieder mitten in den Gegnern gespawnt. Sonst ist er daran so schwer, die Mann nicht am Eingang zu platzieren. Und so macht man sowas. 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 geschafft dann reicht das erst dann dürfen wir uns hier durch diesen komischen weiten oder weiterquieren denn diese weit müssen wir ja noch ein rätsel lösen ich habe keine ahnung aber dieses rätsel geht ja 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 Das war's für heute. um 8 über 3 ist auch schön ja Oh Der Pai-Chu Kratz wird nur ein paar Nights, das war's. aber bleib doch mal hier kiste wer ist jetzt diese zwei hier ich habe mich nicht mehr so viel zu tun eine diamantrakische da muss man nicht rumheben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So... So... Verwirrung... So... 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 That's... That's... That's my level... kaufen wir uns noch ein paar sachen ein oder wenn 19 war ich da auf gott ich glaube der 16 war ich vorhin von 16 auf 22 ist natürlich gut dann werde ich jetzt mal ganz kurz den stream cutten und jetzt gleich wieder ja ein paar goldmünzen habe ich noch